Hallo und herzlich willkommen. Was ist der Vorschlag für die gute Tat heute? Das ist mal was ganz anderes. Der Vorschlag ist mal früh den Tag mit fünf Minuten Frühsport zu beginnen und oder früh kalt zu duschen. Und diesen Versuch dann auch tatsächlich 14 Tage lang durchzuhalten, um zu gucken, wie ist die Wirkung auf einen selber. Das Ziel ist natürlich die Stimmung, den Elan zu steigern, früh bis munterer den Tag zu beginnen. Was Positives für die Gesundheit und die Durchblutung zu tun und damit insgesamt eine bessere Lebensqualität zu erreichen. Und wenn mehr Leute gute Laune am Morgen in der Stadt haben, ist das auch positiv für die Stadt und für den Lebenswert des Chemnitz. Deswegen würde ich mich freuen, wenn viele von euch das auch mitmachen. Ich probiere es auch und mal sehen, was dabei rauskommt. Also vielen Dank fürs Zuhören.